Hallo lieber Star Wars Jedi Fallen Order Zocker, hier der achte Teil meines Walkthroughs. Nachdem wir jetzt hier Zepho verlassen haben, lautet das nächste Reiseziel Kashyyyk. Auf dem Weg dorthin wird der Traum eines jeden Star Wars Fans wahr. Wir kapern ein Et Et, unglaublich geil, ich fand's mega. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video, in diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss. Wenn das alles vorbei ist, ist die Zeit gekommen, sich niederzulassen, wissen Sie, sich verlieben, eine Familie gründen. Verlieben? Sie? Warum nicht? Glauben Sie, ich weiß nicht, was Liebe ist? Sie werden's mir sicher gleich sagen. Ich werd's Ihnen sagen. Liebe ist das Größte, aber viel Arbeit. Sie erfordert Wunderung, Hingabe, Anziehung, tja, und Respekt. Kreese, das ist ja fast schon tiefsinnig. Na ja, das kommt mit der Erfahrung. Wer so gut aussieht wie ich, bricht immer ein paar Herzen. Ach, sicher. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Wow. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Größ. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracker. Kein Problem. Ich brauch keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay? Okay. Okay. Ich seh gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashig. Es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt. Oder vertrieben. Das war echt knapp, Kleiner. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer. Wookies und Außenwälte überfallen ein Imperialen-Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Taful ist vielleicht bei ihnen. Taful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben. So wie wir. Wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollten. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracker Kampfläufer verschrottet. Ich kapere ein. Der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Kerten. Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefall. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt feines Plans. Wenn du noch übrigen willst, dann tue es am besten jetzt, Kleiner. Bereits zu schwimmen, bitte? Juhu! Du gehst auf hier? Das war knapp Vielleicht kommen wir da rauf Okay, wir sind jetzt Nur noch ein bisschen Danke, BD Klettern wir nach oben Danke, BD Ich habe keinen Puls Du bist dran, Ausfälle zu melden Es ist der Jedi Gott schon, auf ihn Einvermündeter am Boden Aber ein neues Schiff auf den Scannern Sie haben mehr Feuerkraft als erwartet Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt Wir sind bei 70% Integrität, sinkend Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen Halte uns stabil Ja, Sir Also, dass das funktioniert hat Okay, äh, Schub Meldung, was ist da los? Sie verletzen das imperiale... Kannst du den abschalten? Ergeben Sie sich dann... Das war... Das war... Das war... Das war... Das war... Das sind also die Blazger Der ist aus dem Weg Oh! Hey! Wer bist du? Jemand, der einen 8080 ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut verstanden. Machen wir sie noch wütender. Machen wir den Film verkaufen. Lass das mit clips. Ich bin traveler Reviews. Verein nuclear RE Immer. vehicles zu erreichen? H� quienes ein globaler Branchen eingest. Wer flapjérationig. Und bei ihm. Er schожно artists zu bracken. voiceover sortir. Nach unser performances couldurch aus. Das war's für heute. Wir müssen die Guerillas beschützen. Wir müssen die Guerillas beschützen. Er will zu uns? Kannst du was machen? Warte! Hör rein, Maggie! Ja, ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wer heißt du, hm? Cal Castus. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich such jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Also, wen suchst du hier? Ein Wookie-Häuptling namens Tafoul. Tafoul ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist DER Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookie-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Sia, Ries, das ist Zorn. Und, wie geht's? Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff. Toller Pilot. Aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Los, los!